Okay, Leute, es geht weiter. König Pilaf! Die sind wohl hier hinter dem legendären süßen Honig her, den wir gestohlen haben. Wenn uns der Honig wieder weggenommen wird, könnten wir damit nie das Geld verdienen, das wir brauchen, um die Welt zu erobern. W-Tja, das ist nicht gut. Haha, du willst den Honig? Ja, dann komm und hol ihn dir, Mampf. Soll ich jetzt in die Höhle reingehen mit denen, oder was? Hm. Ich muss mal kurz gucken, wie die Kombos gehen. Hyper-Explosion, Kombos, Kombos. Also Kombination, Kombination, Key-Explosion. Ich hab da ne Idee. Ich will mal das mal wegs. Ich will mal so die Reihenfolge. Ich hab da ne Idee. Ach, willst mich jetzt verarschen? Sag jetzt nicht, jetzt geht's hier weiter. TP-Frucht, Erholungsfrucht. Komm, hier Zufallskämpfe? Nein, oder? Okay, anscheinend nicht. Gut, gut, gut. Wie kann ich die zerstören? Ich will diese Sachen da drin haben, hallo? Okay, noch ein Level, wo ich wieder zurückgehen muss, um bestimmte Sachen wieder zu holen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist das denn da hinten? Achso, das ist deren Schiff. Ha, gib mir den Honig zurück. Ah, gib mir den Honig zurück. Uff. Ihr Typen wisst nicht, wann man aufgeben sollte. Schu, Mai, holt sie euch. Den, 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 den. Ha, König Pilaf? Nur ich? Allein? Ach, fast. Ich zähl auf dich, Mai. Was? Aber das ist verrückt. Da draußen sind voll so viele Feinde, aber haben wir eine Strategie, König? Nein. Was? Und was soll ich jetzt machen? Kämpf um eine Lebensschlampe. Gut. Ach, scheiße. Egal, jetzt ist er voll und Tenchi nennen sie wieder normal. Oder? Ja, okay, der ist wieder normal. Prank-Geki. Heftiger Angriff und... Kamehameha. Hyper-Explosion. Dün-dün-dün-dün. Dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün. Hochkinder. Aber Tenchi nennen sie tot. Ah, Phoenix-Feder. Okay, ich hab da eine. Mit einer Rebohne für ihn dann. Dün-dün-dün-dün-dün-dün. Gut, hier. Jetzt kannst du schön weiter kämpfen. Ihr Hund. Das tut es. Du machst mehr vom Angriff. Aber zu Glück haben wir Hyper-Explosion gesehen. Wie gehen die anderen nochmal? Also zwei Key-Explosionen und dann Kombo. Ja, stimmt, stimmt. Okay, dann mach ich das auch gleich mal, wenn das klappt. Das tut es. Stirb. Das tut es. Drei-Fach strahlen. Energie-Wählen-Kombo. 205, das ist so das. 199, Energiewellen-Kombo. Dreifachstrahl, kam ja mehr. Weil sind die Rezets, also von Kilin noch nicht, aber es geht, es kommt schon langsam, es kommt schon. Dreifachstrahl, komm, stirb. Okay, gut, dass du Kilin angegriffen hast. Rengeki. Rengeki. Kleine Bohnen auf ihn. Diese hab ich noch. Komm, ja mehr, komm. Ach, komm. Ich gewinn den Kampf jetzt. Rengeki. Dün, 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 dün. Okay. Kleine Bohnen auf ihn selbst. Kiln. Jetzt kommt Angriff. Ihr müsst eure Zornanzeige auf. Okay, Tension, das geht gleich los mit dem Kombo. Kleine Bohnen auf ihn. Damit er noch weiter überlebt. Er willst mich verarschen. Okay, das ist gut. Verdammt, egal. Okay, er ist noch nicht gestorben. Das ist gut. Jetzt do this. Mehr vorm Angriff und... Combination. Ach, scheiße. Das ist kein... Das ist keine Kombo. Okay, dann mach ich gleich was. Mehr vorm Angriff. Dün, 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 dün. Ich dachte, das klappt jetzt. Verdammt. Ich habe jetzt umsonst jetzt verschwendet. Ah, ich habe gewonnen. Trotzdem. Ach, scheiße. Geh, alle Level ab. Äh... Ach so, okay. So. Und dann so. So, so. Okay, das klappt. So. Was jetzt? Schade, ich hätte noch diese andere Attacke gerne gezeigt. Boah, Leute. Wir hätten alle das verhindern können, wenn ihr... Wenn ihr ihn einfach hergegeben hättet. Wo sind die denn? Hey, hallo. Jetzt kommt die alte Roma. Oha, Kake. Wir haben dir den Honig zurückgebracht. Wirklich? Meine Güte, ich danke euch. Nun zu meinen Versprechen. Hier, ein bisschen Honig für euch. Honig erlangt. Juhu. Danke, das weiß ich... Das weiß ich sehr zu schätzen. Wir haben jetzt den Honig und die Schale des Feuerfresser-Vogels. Jetzt schnell zurück zu Anni mit dem Zeug. Aber erst mal speichern. Das ist der Vogel. Fünf Elemente Berg. Richtig. Sag jetzt nicht, ich muss den ganzen Weg wieder nochmal gehen. Ach, leck mich. Kapseln. Schlafkarte schläft beim... Ah. Ey, wo sind diese... Erhöht Feuerresistenz. Achso, das da. Okay, hier gibt's nix mehr, was man machen kann. Also ich geh jetzt weiter weg. Einfach Angriff, Angriff, Angriff. Werden mal gut gelabelt hat. Also ich hab noch nicht richtig gut, würde ich mal sagen. Ich meine... Ich werde jetzt längst Level 30, 40 oder so. Mit einem Charakter vielleicht. Mit dem anderen hätte ich einfach rumgegammelt. Bisschen schwarz. Gras. Okay. Du hinterhältiger Spasti. Angriff, Angriff, Angriff. Und... Ja, ist klar. Alle auf Sankoku. Alle auf Sankoku. Okay. Das haben wir jetzt auch erledigt. Jetzt hoch. Entschuldigung, haben wir diesen Stein ja weggemacht. Sonst hätten wir eiskalt Probleme. Speicher nochmal. Habe ich jetzt 43 Stunden gespielt oder 43 Minuten? Ich glaube 43 Stunden. Angriff, Angriff, Angriff. Normale Angriffe töten ihn sowieso schon jetzt. Mit den Schaden, die ich jetzt mache. Sag ich ja. Ah, ich hab jetzt rausgefunden, wenn man das ausweicht. Gut, gut, gut. Aber ich muss jetzt... Ich muss jetzt lernen, das zu perfektionieren. Dann kommt kein... Dann trifft kein Gegner mich mehr. Okay, jetzt hoch. Los jetzt. Und so kehrt Sankoku mit dem Vogelei und dem Honig zurück zum Kamehaus. Dort trifft er sich mit Chichi und Anin. Um den Ofen einen erneuerlichen Besuch abzustatten. Wird mich verarschen? Ich war nicht im Kamehaus. Hier bitte, der Honig und das Ei. Beeindruckend, du hast auch gar nicht lange gebraucht. Ach, wirklich? Zwei Parts, drei Parts. Hm, ja, okay. Jetzt können wir das Loch im Ofen stopfen, richtig? Nicht so schnell, Junge. Die Chance, dass es funktioniert, steht leider 1 zu 1 Million. Hä? 1 zu 1 Million? Und wenn es schief geht, bist du sicher erledigt. Tja, ich probiere es trotzdem. Was muss ich tun? Hm, wenn es jemand schafft, dann du, Sankoku. Ich hebe den Topf etwas, dann kannst du ihn in den Ofen und das Loch stopfen. Ich muss ihn in den Ofen rein? Oh Mann, das ist sicher senkend heiß, oder? Ich weiß nicht so recht. Und hier kommt der Banjo-Fächer ins Spiel. Hör zu, Sankoku. Wenn du einmal mit dem Fächer schlägst, teilt der Wind die Flamme und du hast einen Weg. Folge dem Weg runter zum Boden, wo du den Ofen flicken kannst. Das ist gefährlich, Sankoku. Willst du dein Leben dafür riskieren? Banjo-Fächer erlangt. Oh, Text habe ich jetzt nicht gesehen. Sankoku, die Flammen toben überall im Ofen und das Loch ist wahrscheinlich tief im Inneren. Okay. Verstanden, ich werde so weit wie möglich reingehen. Dann los, Sankoku. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ah, okay. Ich hoffe, jetzt kommen gerade Zufallskämpfe. Ah, da ist der Weg. Okay, dann gehe ich mal den anderen. Okay, es kommen keine Zufallskämpfe. Zum Glück. Wer bist du denn? Wer bist du? Ein Außenseiter. Ich bin ein starker Kerl, weißt du? Willst du loslegen? Ja. Ist das ein Secret Boss oder was ist das? Drei-Fach-Strahl und Dumas kam ja mehr. Ey, wenn ich den jetzt verliere. Ich hoffe, ich habe eine Chance gegen ihn. Man müsste eine Chance haben. Sonst, man kann ja nicht wieder in den Topf rein, oder? Okay, ich habe eine Chance. Man müsste. Kam ja mehr her. Dreifach-Strahl. Kam ja mehr her. Auf wen machst du das? Okay, auf ihn. Komm. Ich glaube, ich mache den Kampf noch in diesem Part. Angriff. Du machst kleine Bohne auf dich selbst. Dann Angriff. Ey, bitte nicht. Okay. Kam ja mehr her. Dreifach-Strahl. Kam ja mehr her. Ich glaube, ich mache gleich einen Hyper-Explosions-Angriff. Ren-Geki. Heftiger Angriff. Kombination. Keeper-Sprint. 192. 312. 312. Risto-Diss. Mehr vom Angriff. Kam ja mehr her. Den Kampf will ich in diesem Part noch machen. Komm. Du Hund. Mehr vom Angriff. Oder soll ich den nächsten Part weitermachen? Ach, ich glaube, ich mache den nächsten Part weiter. Sonst wird das wieder zu viel MB werden. Und darauf habe ich echt keine Lust. Das dauert auch noch lange zum Hochlandern. Okay, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.